Ich habe richtig Bock auf die Folge, weil das Thema wird jeden in der Zeitarbeit beschäftigen und es werden immer wieder Fehler gemacht und Unsicherheiten, gerade bei Disponenten, Niederlassungsleitern, wie ist das denn, wie wird das gemacht und ich hoffe, dass jetzt ganz viele auch nochmal richtig zuhören und sagen, okay, so müssten wir das richtig machen, weil es sind immer so Sachen, der hat das früher so gemacht, das wird dann übertragen und dann machen wir das auch so und der hat das woanders so kennengelernt. Ja, wir haben ja letztens schon angeteasert, heute haben wir das Thema Kündigung und wir werden das Thema Kündigung, weil es so umfangreich ist, werden wir in zwei Bereiche aufteilen, einmal den formellen Teil und den inhaltlichen Teil und heute geht es um den ersten Teil, um das Formelle, was musst du beachten, wie sitzt du aus mit Vollbeachten, Aufbau, Fristen, etc. Zustellung, auch ein wichtiges Thema und dazu habe ich, wie auch angekündigt, wieder den Experten Dr. Alexander Bissels dabei, Hallo Alex, vielen Dank, dass du dich wieder zur Verfügung gestellt hast. Alex, du bist ja bei CMS und natürlich das Thema Kündigung beschäftigt dich, glaube ich, ja, wöchentlich mehrmals. Du hast es richtig drauf im Vertrieb, du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden, dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne, unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich, ciao. Ja, und da wird es heute darum gehen, was wir da alles machen. Alex, herzlich willkommen hier wieder im Podcast. Was ist denn so das Häufigste, wenn du Anrufe bekommst, was ist dann passiert, gerade zum Thema Kündigung und wenn es um den formellen Bereich? Ja, Daniel, erstmal wieder vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit dir heute über dieses Thema sprechen zu können. Du hast recht, das ist natürlich so ein Kernberatungsgebiet, Kündigungen von Mitarbeitern und du hast gerade gesagt, wir beschäftigen uns heute mit den formellen Anforderungen an Kündigungen. Und da wird in der Praxis eben viel falsch gemacht. Viel falsch gemacht aus Unwissenheit und das sind natürlich Fehler, die nachher negativ aufschlagen, die aber absolut vermeidbar sind. Nur zu deiner Frage, was ist immer oftmals ein Punkt, worum es geht, ja, wie stellen wir überhaupt eine Kündigung rechtssicher zu? Also da hat man ja verschiedene Möglichkeiten, die so grundsätzlich in Betracht kommen. Wie macht man das dann? State of the art ist natürlich immer die händische Übergabe bei dem anwesenden Mitarbeiter. Also man hat das im Original unterzeichnete Kündigungsschreiben und übergibt das den Mitarbeitern und lässt sich das dann eben bestätigen, dass er diese Erklärung auch herangenommen hat, erhalten hat. Und das ist natürlich, wissen wir alle, in gewissen Sachverhaltensgestaltungen nicht möglich, sei es, dass der Mitarbeiter langzeiterkrankt ist, möglicherweise weit weg wohnt oder Urlaub ist oder wie auch immer. Also auf jeden Fall nicht, dass er dann im Betrieb oder dann nach der Arbeit anzutreffen ist. Und ja, dann bleibt eben, naja, Frage? Das ist schon die erste Frage. Das ist also, du schreibst unten rechts, das ist ja die erste Frage, die ich habe, erhalten und einverstanden oder reicht nur erhalten? Muss ich überhaupt was darüber schreiben? Muss er einfach nur unterschreiben? Heißt das dann automatisch, er hat es dann erhalten? Das wäre so mal eine Frage aus dem täglichen Arbeitsleben, weil ich mich immer wieder frage, muss ich da erhalten, genehmigt draufschreiben, mit Datum? Was ist die rechtlich sichere Form? Reicht eine normale Unterschrift? Was empfiehlst du? Ja, üblich ist natürlich, dass nur ein Empfangsbekenntnis abgegeben wird, sprich, dass die Kündigung erhalten wurde, also dass er sie übergeben bekommen hat, weil keine weitergehenden Erklärungen der Gestalt, dass er sie akzeptiert oder damit einverstanden ist, das dürfte dann von vielen Mitarbeitern nicht unterzeichnet werden, weil sie natürlich befürchten, dass sie dann rechtliche Nachteile erhalten, was de facto ja auch so ist. Wenn man dann die Zustimmung erklärt zu einer Kündigung, wäre es dann rechtstechnisch schon ein Aufheberungs- oder Abwicklungsvertrag, der natürlich dann so zwei versicherungsrechtliche Nachteile haben kann. Also letztlich sollte man immer, um dann auch keine Störungen in einem Ablauf zu erzeugen, Diskussionen zu vermeiden, einfach nur ausschreiben, bestätige ich den Empfang mit Datum, Unterschrift und dann ist es das und keine weitergehenden Erklärungen dann den Mitarbeiter abbringen. Darf ich das denn vorschreiben? Darf ich diesen Passus schon unten rechts in so eine Kündigung mit reinschreiben, wo dann ein Strich ist und der Mitarbeiter dann unterschreibt? Du musst ja auch mit Datum unterschreiben. Ja, das ist das übliche Vorgehen, dass man da schon so eine vorgegeben Textseite reinschreibt, Kündigung erhalten am Datum. Das sollte man natürlich reinschreiben, damit man auch im Falle einer folgenden Auseinandersetzung darlegen kann, wann hat er denn die Zustellung, wann ist die Zustellung erfolgt, wann hat er es erhalten. Das ist ja nicht ganz unmaßgeblich für gewisse Kündigungsfristen, wann ist dann die Kündigung tatsächlich zugegangen, deswegen sollte da immer ein Datum rein. Also üblicherweise gibt das ja auch keine Probleme, das wird abgegeben, dieses Empfangsbekenntnis, aber natürlich, das wissen wir alle aus der Praxis, gibt es natürlich immer die Kandidaten, die sagen, ja, was von meinem Arbeitgeber kommt, da unterschreibe ich gar nichts ohne meinen Anwalt oder ohne, dass ich da mit jemandem darüber gesprochen habe, ist insoweit auch nicht schädlich. Das heißt nicht, dass die Kündigung als nicht zugegangen gilt, aber man hat natürlich dann ein Problem oder kann ein Problem bei der Darlegung und der Beweisbarkeit haben, wann die Kündigung tatsächlich übergeben wird. Also wenn man dann so einen Kandidaten hat, der die Unterschrift verweigert, dann fertigt man jedem ein Protokoll und schreibt drauf, dass der Mitarbeiter da und dann da war, dass die Kündigung eben übergeben wurde und dass er dann eben die entsprechende Erklärung verweigert hat. Gleiches gilt im Übrigen auch, wenn er nicht nur die Befangstbestätigung nicht abgibt, sondern wenn er die Entgegennahme des Schreibens in Gänze verweigert hat. Und dann schreibt man eben auch ein, hat die Entgegennahme der Kündigung in Gänze verweigert. Also das würde in rechtlicher Hinsicht dazu führen, dass er sich nicht darauf berufen kann, dass er sich nicht erhalten hat, sondern man arbeitet damit als Zugangsvereitelung, wie dann eintritt. Also der Mitarbeiter darf nicht einfach ablehnen, das Schreiben vom Arbeitnehmer, einfach Arbeitgeber anzunehmen. Aber dann sollte man natürlich die Kündigungssicherheitshalber noch mal hinterher schicken. Also das auch körperlich, die er hinbekommt. Brauche ich dann Zeugen? Soll ich das zu zweit machen? Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, gerade bei Geschäftsführern. Also die Geschäftsführer sind ja Organe der Gesellschaft, also in einer GmbH zum Beispiel. Und der Geschäftsführer an sich ist eben kein tauglicher Zeuge in einem Verfahren. Er ist Partei, aber kein Zeuge. Vor dem Hintergrund kann es sicherlich geboten sein, dass man mit solchen Geschichten, wenn zu befürchten steht, dass es da Probleme gibt, dass man da irgendwo einen Unabhängigen aus der Firmenstruktur beizieht, der dann eben bestätigen kann, was sich dazu betrifft. Aber üblicherweise, das ist ja keine... Okay, aber auch interessant mal zu wissen, dass wenn der Geschäftsführer das jetzt einfach macht, dass der eigentlich nicht als Zeuge dann gilt. Ja, es muss ja erst mal darauf ankommen in einem solchen Verfahren. Und natürlich kann man den Geschäftsführer, wenn es dann so Vier-Augen-Situationen sind, kann man dann als Partei von nehmen. Aber das ist in der Tat nur abgeschwächtes Beweismittel und kein ursprünglicher Zeugen-Bewis. Aber das ist eben nur die optimale Form der Zustellung, wenn wir das nicht haben. Auch, ich hätte gesagt, dass gerade, wenn dann die Annahmen verweigert wird, muss man schauen oder sollte man schauen, dass das Dokument ja von A nach B kommen, so zwei im Original. Ja, da bieten sich natürlich mehrere Möglichkeiten an. Klar, den normalen Postdick, also per normalen Brief, das ist natürlich nicht zu empfehlen, weil man da überhaupt keinen Beleg hat, wann diese Kündigung dann in den Briefkasten eingeworfen hat. Und in der Praxis ist es ja auch mal so, wenn man mit normaler Post schickt, kommen diese Schreiben ja erstaunlicherweise nie an. Also das ist ja dann so, dass dann, so hat man den einen, ein böse Gericht, das steht, dass die Deutsche Post dann eine Schwundquote von 99% auf einmal hat, das ist ja zumindest, was dann Kündigung betrifft. Also normaler Brief ist da nicht zu empfehlen. Gleiches gilt im Übrigen auch für, das hört man auch immer wieder, oder da kommen die regelmäßig Schweißausbrüche, ein Schreiben Rückschein, also ein Schreiben Rückschein heißt, wenn der Mitarbeiter nicht angetroffen wird, wird eben ein Schreiben in den Briefkasten eingelegt mit der Aufforderung oder bitte, das dann an der Stelle hinterlegte Schreiben abzuholen. Auch das ist keine wirklich gute Idee und das auch dringend für abzuraten, weil der Mitarbeiter in der Regel nicht verpflichtet ist, dann zur Poststelle zu gehen oder an den sonstigen Aufbewahrungsort, um dann Dokumente abzuholen. Da kommt man also immer wieder in Diskussionen, besteht Verpflichtung, ja, nein, also das sollte man nicht machen mit Rückschein, auf jeden Fall No-Go, sollte man direkt mal gut streichen, diese Zustellungsform, und dann bleibt ja nicht mehr viel, dann hat man natürlich die Möglichkeit, selber oder einen Angestellten aus der Personalabteilung oder im Dispositionsbereich, dass diese dann vorbeifahren bei den Mitarbeitern, der sogenannte reitende Boote. Das ist natürlich auch immer eine rechtssichere Zustellungsform, dann sollte ein Protokoll gefertigt werden, dass eben der Boote, gesehen hat, was in dem Kuvert drin ist, dass er gesehen hat, dass da eben ein original unterzeichnetes Kündigungsschreiben einkuvertiert wurde und dass er diesen Brief dann wie an dem Tag und die Uhrzeit bei dem Briefkasten in der Adresse eingeworfen hat. Optimalerweise macht man dann noch ein Foto von dem Briefkasten und so weiter. Das funktioniert in der Regel auch und diese Person kann dann neben den Unterlagen, die man dann gefertigt hat, das Protokoll und die Fotos kann man dann auch als Zeugen vernehmen, dass dann eben genau diese Kündigungserklärung in den Briefkasten eingebrochen oder da tatsächlich übergelegt wurde. Da geben sich zwei Fragen schon wieder. Also ich merke schon, ich habe richtig Bock auf die Folge, weil das Thema wird jeden in der Zeitarbeit beschäftigen. Und es werden immer wieder Fehler gemacht und Unsicherheiten, gerade bei Disponenten, Niederlassungsleitern, wie ist das denn, wie wird das gemacht? Weil es gibt ja so Dinge, die man vorfindet, die sind schon immer so gemacht worden. Aber das heißt ja nichts. Man muss schon so machen, das ist ja kein Argument, das wissen wir ja alles. Ja, das ist ja aber, so wird halt gearbeitet und dann übernehmen, kommen neue Kollegen dazu und übernehmen das dann einfach. Und ich hoffe, dass jetzt ganz viele auch nochmal richtig zuhören und sagen, okay, so müssten wir das richtig machen, weil gerade jetzt, wenn ihr keine Fehler bei der Kündigung macht, gibt es weniger Klagen, gibt es weniger Probleme, weil immer Probleme sprechen nicht für den Ruf der Zeitarbeit. Wenn das einfach ordentlich geregelt ist, ihr alles beachtet habt, gibt es weniger Störungen im Arbeitsfeld. Und jetzt reden wir über das Arbeitsfeld, was beendet wird. Also erste Empfehlung, macht es persönlich, sprecht Kündigung persönlich aus. Wenn ihr die nicht erreichen könnt, den Mitarbeiter, ich weiß, es gibt oft Fristen, dann muss man halt gucken. Aber jetzt ist meine erste Frage, muss ich auf dem Kündigung schreiben, oben über der Anschrift des Mitarbeiters, den ich mit dieser Kündigung erreichen möchte, muss ich da draufschreiben, Einwurf einschreiben, persönliche Übergabe, ist es wichtig, ist es nötig, wäre das ein formeller Fehler, wenn ich das nicht mache? Nein, also man muss auf das Kündigung schreiben nicht rausschreiben, welche Zustellungsart man dann gewählt hat. Wichtig ist eben, dass man eine Dokumentation letztlich vorhält, aus der es sich hier gibt, dass der Mitarbeiter Gelegenheit hat, von diesem Schreiben Kenntnis zu nehmen. Aber man muss jetzt nicht darauf schreiben, Einwurf einschreiben, verboten oder wie auch. Das bedarf es sicherlich nicht. Okay, so, dann die nächste Sache. Ich weiß, wenn man die persönlich übergibt, selber, dann nimmt man einen Zeugen mit, der das auch nochmal bestätigt, also hast du schon gerade gesagt, den Inhalt des Schreibens auch bestätigt, es muss nochmal handschriftlich derjenige auch unterschreiben und erwähnt sein, dann in dem Übergabeprotokoll, was man dann separat halt macht. Da ist das Erste, bis wie viel Uhr muss das eingegangen sein? Und ich weiß schon, glaube ich, die Antwort, aber das fällt mir jetzt gerade noch ein. Kann ich das um 16 Uhr zustellen? Kann ich das um 20 Uhr zustellen? Hauptsache, das ist noch an dem Tag eingeworfen. Muss das morgens direkt erfolgen? Wie ist da die formelle, richtige Art? Also, letztlich kann man das natürlich beliebig zu jeder Tages- und Nachtzeit einwerfen. Die Frage ist nur, wann geht das Schreiben dann im Rechtssinn dazu? Also, wann hat der Mitarbeiter dann tatsächlich Gelegenheit, von dem Schreiben Kenntnis zu nehmen? Es geht übrigens nicht darum, dass er das wirklich liest, sondern es muss nur in seinen Herrschaftsbereich eingehen und er muss Gelegenheit haben, Kenntnis zu nehmen. Und da kann man als Postformel sagen, also wir reden jetzt nicht von der persönlichen Übergabe, dann tritt die natürlich ein, wenn er es zu Kenntnis genommen hat. Wir reden jetzt ja von dem Einwurf in den Briefkasten. Und da tut man gut daran, das im Laufe des Vormittags bis zum Mittag eingeworfen zu haben, um dann eben sicherzustellen, dass der Zugang noch an diesem Tag erfolgt. Alles, was später, nachmittags, nachts oder abends erfolgt, kann dazu führen, dass man eben einen Tag vor Satz beim Zugang hat. Und das kann natürlich mit Blick auf Fristen ein Problem sein. Man denke, man wirft am letzten Tag des Monats ein, um 18 Uhr abends, und der Mitarbeiter sagt, ja, da habe ich aber um 16 Uhr schon oder 15 Uhr oder 12 Uhr kommt bei uns die Post, da habe ich in den Briefkasten geschaut, da war nichts drin. Erst am nächsten Mittag habe ich wieder reingeschaut, hieße dann, dass man einen Monat oder wie auch immer die Kündigungsfrist dann zu bestimmen ist, also verliert. Die Kündigungsfrist verlängert sich dann nach hinten raus, weil der Tag des Zugangs erst einen Tag später erfolgt ist. Und das kam gerade bei Zeitkündigungserklärungen, also die dann Ende eines Monats, Mitte eines Monats erfolgen. Das ist dann kritisch. Also da sollte man immer einen Puffer einziehen, insbesondere, wenn man sich natürlich dann Dritter bedient, die die Zustellung übernehmen. Und mit Dritten meine ich jetzt dann das klassische Einwurf einschreiben, was man sicherlich machen kann, nicht die beste Variante, aber auf diese kann man auch zurückgreifen, wenn man dann eben nicht persönlich übergeben kann, wo man dann eben keinen eigenen Boten vorbeischicken kann. Oder, was natürlich auch der Klassiker ist, dass man externe Boten beauftragt. Die ganzen Player am Markt kennen wir ja, die sowas machen. Die sind da inzwischen auch erfahren. Der Wert kostet natürlich ein bisschen mehr, aber meines Erachtens sollte man gerade bei wichtigen Kündigungen, sollte man dann auch mal die paar Euro mehr in die Hand nehmen, um dann auch rechtssicherer Zugang zu. Und da habe ich auch eine Meinung zu, ist auch mal eine klare Empfehlung, nutzt einen Botendienst, der das Ganze macht. Ja, gibt es viele, die sich darauf spezialisiert haben. Das funktioniert auch gut, kannst du dich darauf verlassen. Da kommt dann auch jemand, das heißt auch, du vergisst auch nicht diese Fristen, dass das jetzt heute raus muss oder so, sondern da steht dann jemand, du hast den Beauftragt, wir wollen dir so eine Kündigung mitnehmen. Dann steht er da um 12 Uhr und da muss er auch was mitnehmen. Also dann vergisst man es nicht und denkt, ach, wo war es jetzt 16 Uhr, dann habe ich es erst gemacht. Ja, also das ist schon mal so eine Empfehlung. Und der Tag Zustellung, weil das ist ja auch so ein bisschen das Thema, einmal mit den Fristen, Einwurf einschreiben gilt normalerweise, ich formuliere es mal als Frage, gilt dann als nächsten Tag zugestellt, also ein Tag Postweg. Ist so, glaube ich, bei Gericht häufig anerkannt. Stimmt das? Ja, also man arbeitet da ja nicht mit Affektion, sondern du hast ja beim Einwurf einschreiben, das wird ja protokolliert, wann das Ganze dann tatsächlich da reingeworfen wird. Da kriegt man ja eine gewisse Sendungsnahverfolgung und daraus ergibt sich ja, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit das eingeworfen wurde. Das kann man natürlich jetzt anders als beim Boten nicht klassisch bestimmen. Man, das war der Post ab und dann, bin da ehrlich gesagt nicht ganz so, ganz so shit wie das bei der Post geht, ob man denen sagen kann, das muss auch bis zu dem und dem, bis zu dem an der Uhrzeit zu gehen. Ich glaube, hätte ich gesagt nicht. Und was dann nicht so. Man müsste als Express machen. Man muss als Express machen. Man muss eben zukaufen und dann kann man das wahrscheinlich dann eben besser, besser steuern, wann das dann zugehen muss, am selben Tag, spätestens am nächsten Tag und so weiter. Aber es wird dann nicht mit Fiktionen gearbeitet, sondern Zugang erfolgt, wenn dann tatsächlich der Einwurf im Briefkasten erfolgt, wie in der Uhrzeit dann an diesem Tag oder am Tag darauf. Was übrigens auch noch drin war, da habe ich noch eine wichtige Info dabei. Das bleibt, glaube ich, nur drei Monate irgendwie online. Also man muss dort reingehen, so weiß ich das. Straf mich gerne Lügen, schreibt es gerne in die Kommentare wie eure Erfahrung ist. Aber ich glaube, das verfällt irgendwann. Irgendwann hat man diese Information nicht. Und manchmal kann so ein Gerichtsverfahren natürlich auch länger gehen. Also weist eure Sachbearbeitung bitte an oder macht es selber, dass ihr einmal reingeht, wenn da abgegeben wurde, dass sie diesen Beleg auch ausdruckt und den auch dazu packt. Also nicht nur das Einwurf einschreiben, diesen Beleg, dass es abgegeben wurde, dass sie das weglegt, sondern auch wirklich drauf geht, das ausdruckt, das dazu packt und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ich hoffe, da habe ich nichts falsch gesagt, oder Alex? Nein, nein, das ist richtig. Also ich weiß jetzt nicht, wie es technisch ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht zeitlich ungrenzt abrufbar ist. Also das heißt, die Sendungsnahverfolgung mit den entsprechenden Belegen, wann das dann eingeworfen wurde, sollte man natürlich irgendwo archivieren und sichern, dass man dann im Streitfall, der ja möglicherweise zeitlich versetzt kommt, dass man das dann irgendwo abgelegt hat und dann auch einreichend vorlegen kann. Das ist sicherlich richtig. Anderes Thema, was ich noch ansprechen wollte, wie macht man das mit der, wenn man jetzt nicht persönlich übergibt, sondern einen Boten beauftragt, einen Dritten, diese Kündigung dann zuzustellen. Ich sage immer, das soll einfach nur in den Briefkasten geworfen werden. Also nicht klingeln und dann hoffen, dass der Mitarbeiter da ist. Wenn er nicht da ist, vielleicht gehen oder dann macht er einen Dritten auf, von dem man nicht genau weiß, wer es ist. Das können ja x-beliebige Personen sein, die mit ihm im Haushalt wohnen. Das mag irgendeine BG-Kollege sein, das mag eine Putzhilfe sein oder eine Tante oder die Ehefrau oder der Ehemann. Und das kann mit Blick auf die Zustellung gewisse Problematiken aufwerfen, denn wenn ich das einem x-beliebigen Dritten übergebe, heißt das nicht, dass es dann auch zugeht in dem Moment, sondern dann hat man wiederum ein gewisses Risiko und diese Person, das dann auch weiter reicht und dann stellt man sich die Frage, wer trägt das Risiko bei so Übertragungsfehler, wenn dann das Schreiben abhanden kommen, vernichtet wird, erwünscht ist, also da gibt es ja die absurdesten Geschichten, erstaunlicherweise dann wenn man zusammen mit Kündigungen, was dann seit mal Schreckliches passiert ist, also da schon noch schon eine recht kreative Geschichte in den Worten, wo man irgendwie so dran fühlen kann, dass es alles so komplett ausgedacht ist, aber gut, der Teufel ist ein Eichhörnchen, also das liegt ja durchaus so komische Sachverhalter, die passieren dann erstaunlicherweise immer gerade dann sagen wir mit Kündigungen, aber deswegen immer besser einwerfen, dokumentieren, dass es eingeworfen wurde, da hat man aber diesen ganzen, wirklichen Folge, die Folgediskussion, wer ist das überhaupt gewesen und wann was die Schreiben dann passiert und so, dass diesen Tod sollte man sich nicht anschauen, das auch in der Praxis dann oftmals passiert und da habe ich auch schon absurde Sachen vorgefunden, dass man das dann einwerfen wollte am Briefkasten, und der Mitarbeiter ahnte was oder es wurde angekündigt, dass eine Kündigung droht, dann sind die Briefkästen abgeschraubt, festgeklebt oder Namensschilder entfernt, sodass man eben keine Vorrichtung hat, wo man das dann eben entsprechend einwerfen kann, also das, so geht es natürlich nicht, der Mitarbeiter ist, oder man ist allgemein ja verpflichtet, dann eine Vorrichtung vorzuhalten, die man nutzen kann, um dann aufs Schreiben zu stellen, also das sollte man so Schlitze an der Tür, würdest du dann sagen, das gilt dann auch als Briefkasten, dass man das da unten dann so reinschmeißt, das ist ja quasi im Hausflur, ja, ne? Ja, dass das nicht machen, also nicht einfach in den Hausflur reinwerfen oder so, sondern erst mal alles dokumentieren, wenn das irgendwie zugeklebt ist, und so weiter, das bitte alles fotografieren und protokollieren, das reicht meist schon, um dann zu sagen, dass es eine Zustellungsverheitelung, die Kündigung gilt als zugestellt, nichtsdestotrotz, also ähnlich wie bei der Verweigerung der Annahme, nichtsdestotrotz sollte man natürlich gucken, dass das Schreiben dann irgendwo in den Herrschaftsbereich des Mitarbeiters kommt, das einfach an den Flur zu werfen, hilft natürlich nicht, sondern da muss man vielleicht ein bisschen kreativ sein, mal bei den Nachbarn klingeln, sich da einen Einlass verschaffen, wenn das eine Mehrfamilienhaus ist und dann das Ganze möglicherweise dann unter den Türschlitz, also unter die Haustür durchschieben oder irgendwie sowas, auch da gibt es absurde Geschichten, dass man das dann, dass dann behauptet wird, ja, das war nicht auffindbar, weil dahinter eine Fußmatte lag und das dann da drunter geschoben wurde und dass man das drei bis vier Tage später noch gefunden hat, also solche Geschichten. Wir liefern natürlich hier auch jede Menge Futter für den einen oder anderen, der so eine Kündigungszustellung mal bekommt, also da müssen wir auch ein bisschen gucken, da müssen wir jetzt mal dann irgendwie wegpiepen, nein, aber ich weiß gar nicht, ob man da so die Kreativität wirklich stimuliert, oftmals, dass man da, sind die, sind die betreffenden Personen, die sowas machen, sind dann auch sehr eigenkreativ. Ja, alles gut, aber es ist auch interessant, kann man ja so Ideen kommen. Ich selbst kann eine Anekdote, wir haben damals eine Mitarbeiterin, wir hatten so eine Abteilung Zwerge, haben wir die genannt, wo wir quasi eine eigene Kita aufgebaut haben, wir haben eine Betreuungskraft, eine Tagesmutter eingestellt für unsere Mitarbeiter, dass sie die Kinder dort abgeben konnten, haben das ein halbes Jahr gemacht und wegen Erfolgslosigkeit, weil keine Mitarbeiter ihre Kinder dort abgegeben haben, weil das Thema, diesen Denkfehler, den wir hatten, es ist halt auch immer ein Weg, wenn man so 30 Kilometer Luftlinie so als Einzugsgebiet hat, kommen vielleicht Mitarbeiter 30 Kilometer entfernt, dann muss ja irgendwo die Tagesmutter zentral sitzen, ja, dann eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück, teilweise, wenn wir an der Pflege sind, fangen die um sechs Uhr an, haben wir nicht so ganz bedacht, es ist nicht umsetzbar gewesen, dann haben wir in einem Jahr gesagt, jetzt haben wir eine Menge Geld investiert, wir hatten da Härtumbrandung, Treppengitter, Maxi-Cosi, also Sitze fürs Auto, für mehrere Mitarbeiter, also für mehrere Kinder, ein riesen Paar, diese Mitarbeiter haben wir dann irgendwann gekündigt, ja, so kurz vor der Probezeit, wie man das so kennt, dann ging das alles so ein bisschen hin und her, sollen wir, sollen wir nicht und dann eben am letzten Drücker, aber wir müssen noch die Kündigung rausschicken und einen Wurf einschreiben, geht nicht mehr, wir müssen die persönlich übergeben, ja, und dann haben wir das anscheinend in den falschen Briefkasten reingeschmissen, weil dann, und dann war das halt dann auch im Kündigungsschutz und dementsprechend Klage dabei und, ja, das ist natürlich so genau das, das bremscht, wenn du dann vor Ablauf der sechs Monate bist, also die Wartezeit des Kündigungsschutzgesetz, wenn du dann über den Schwellenwert liegst, dann hast du ein Thema, ne, du kannst dann bis zum letzten Tag des sechsten Monats die Kündigung noch zustellen, wenn du dann den Tag verlierst, als dann Fehler in der Zustellung passiert, dann rutschen die über die sechs Monate und dann hast du hier ein wirtschaftliches Thema auf einmal, weil dann die rechtliche Ausgangslage auf einmal eine ganz andere ist, also da muss man schon, also sollte man zumindest einen gewissen Prozess etabliert haben, wie man Kündigungen zustellt, vielleicht auch so eine Kaskade, was zu empfehlen ist und wenn das eben nicht geht, dann eben eine Stufe niedriger und dann eben gerade auch bei teureren Mitarbeitern ist natürlich dann die erste Empfehlung, dass man gerade solche formellen Fehler nicht machen sollte, denn warum, jeder Fehler, den man macht, der wird sich nachher wirtschaftlich niederschlagen, weil das natürlich alles Punkte sind, die im Rahmen einer Vergleichsbetrachtung eingekreist werden. Ja, man merkt schon, also wir haben fast 25 Minuten, das Thema ist sehr ergiebig und da könnte ich stundenlang drüber reden, aber das ist Podcast Gold, das ist YouTube Gold jetzt gerade, was so über den ETA geht, weil das Thema beschäftigt, wie gesagt, jeden, wird immer wieder falsch gemacht und viele haben dann Fragezeichen, ich weiß nicht, wie oft ich die Frage habe, was machen wir jetzt mit der Kündigung, was ich da schon alles Falsches gesehen habe und dass ich Gott sei Dank eingegriffen habe noch, weil da wäre ganz vieles in die Hose gegangen, ist auch schon einiges in die Hose gegangen und da wird jeder, glaube ich, ein Liedchen von singen, also deshalb auf jeden Fall, diese Podcast-Folge wird wahrscheinlich so ein Evergreen, die wird immer wieder gehört werden, ja, gerade Kündigung formeller Art, was da zu beachten ist. Vielen, vielen Dank, Alex, dass wir das hier nochmal so aufnehmen können, das wird sicherlich sehr, sehr wertvoll sein. Ja, gerne, ich war da, ich habe mich gefreut. Wollte ich. Zum Thema Aufbau, formell ist da auch noch irgendwas zu beachten? Ja, es gibt natürlich jetzt keine gesetzlich vorgeschriebenen Aufbau, es gibt natürlich gewisse Formulierungen, die drin sein sollten, natürlich Überschrift, Kündigung des Arbeitsverhältnisses, klar, und dann eben die eigentliche Erklärung, hiermit kündige ich das Arbeitsverhältnis fristgemäß, und der Einhaltung der vertraglichen Kündigungsfrist von den nächsten Monaten mit Ablauf des Datum X. Und da ist wiederum wichtig, weil die Bestimmung der Kündigungsfrist, die kann unter gewissen Umständen schwierig werden, wenn man arbeitsvertraglich abweichende Kündigungsfristen von der gesetzlichen oder von barrietlichen Kündigungsfristen vereinbart hat, dass man da so ein bisschen struggelt, was ist denn da die richtige Kündigungsfrist, welche Dauer haben wir da, bitte in so eine Kündigungserklärung immer reinschreiben, vorsorglich zum nächsten möglichen Termin. Also man kann ein, sollte ein Datum festlegen, um das Ganze bestimmt oder bestimmbar zu halten, aber dann immer reinschreiben, vorsorglich zum nächsten möglichen Termin. Wenn man das nicht reinschreibt und die Berechnung der Kündigungsfrist stellt sich als falsch heraus, ist die Kündigung aus formellen Gründen bereits unwirksam, weil der Mitarbeiter eben nicht ersehen kann, wann endet das Arbeitsverhältnis. Und durch die Erklärung vorsorglich zum nächsten möglichen Termin ist es zumindest bestimmbar, was der Arbeitgeber wollte, nämlich dann zum eigentlich richtigen Kündigungstermin zu kündigen. Also das muss auf jeden Fall rein, also das ist zu empfehlen auf jeden Fall, muss natürlich nicht, aber das kann Probleme aufwerfen. Ja, und dann hängt zu nehmen ein bisschen davon ab, was man so möchte. So eine Kündigungserklärung kann natürlich auch mal verbunden werden mit einer Freistellung, eine Freistellungserklärung, wenn man also kein Interesse mehr daran hat, gerade im internen Bereich, dass Mitarbeiter dann noch weiter Kundenkontakt haben, Zugriff auf der Atem und so weiter an. Das ist natürlich auch die Freistellungserklärung in einer Kündigung aufzuwählen. Gleiches gilt, das findet man ja auch häufig und standardisiert, eine Aufforderung, Betriebsmittel des Arbeitgebers herauszugeben, an eine gewisse Person bis zu einem gewissen Datum. Und last but not least, das gehört auch da rein, auch wenn es von Rechts wegen nicht erforderlich ist, aber findet man häufig eben den Hinweis darauf, dass der Mitarbeiter sich bei der Agentur für Arbeit zu melden, Arbeit zu melden hat und aktiv an der Suche einer neuen Beschäftigung mit zu wirken hat, weil man sonst Nachteile befürchten kann beim Bezug von Arbeitslosengeld. Das ist also das Klassische, muss nicht immer alles drin sein, sondern da kann man natürlich auch bedarfsgerecht entscheiden, was nehmen wir aus. Was eben wichtig ist, ist die Kündigung. Denke selbst zum Thema Freistellung können wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. Ja, klar, da kann man auch noch sicherlich, da gibt es viel zu diskutieren, deswegen habe ich auch bewusst abstrakt gehalten. Aber wichtig ist eben der Satz hier mit Kündigen Ihres Arbeitsverhältnisses, das ist eben das, was der Arbeit geht, lieber ausdrücken möchte und demgemäß das rein muss, damit dem Mitarbeiter eben klar ist, worum geht das andere ist im schnuckendes Ballwerk, hängen wir davon ab, ob man da tatsächlich möchte. So, Thema Fristen. Nächste wichtige Thema, Alex. Zählt der Samstag als Werktag, Zustellungstag? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Einwurf einschreiben habe, würde man das mitrechnen? Ist dann die Kündigung zu einem Samstag? Ändert das eigentlich was da dran, ob ich zu einem Freitag, Samstag oder Sonntag kündige? Hilft das? Ja, Sonntag funktioniert nicht. Samstag ist ein ganz normaler Werktag, das geht. Da kann man ganz normal zustellen. Das heißt auch nicht, weil der Mitarbeiter typischerweise nicht an einem Samstag arbeitet, wie das ja vielfach ist, dass dann eben keine Erklärungen zugehen können. Beim Sonntag funktioniert das natürlich nicht. Okay, da sollte man dann aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche Kündigungsfrist habe und ich spreche das, ich mache das Einwurf einschreiben am Freitag fertig, dann wäre Samstag die Zustellung, dann würde ich zur nächsten Woche Samstag dann kündigen. Da ist dann manchmal auch, dann habe ich so, auch bin ich nett, dann mache ich bis Sonntag, alles gut, ist ja dann auch noch erledigt. Aber jeder Tag ist natürlich eigentlich auch wichtig für die durchschnittliche Urlaubsberechnung und kann ja auch sein, dass er dann irgendwie einen Durchschnitt bezahlt bekommt, gerade in der Pflege oder so. Also da muss man dann schon, sollte man dann schon taggerecht auch richtig kündigen. Ja, wir müssen gucken, dass wir nicht durcheinander kommen. Also die Kündigungsfristen sind dadurch unabhängig vom Wochentag. Also das Arbeitsverhältnis kann natürlich auch am Sonntag enden. Also das ist ja vielleicht beim Monatsende, der am Sonntag endet, das Arbeitsverhältnis dann mit diesem Sonntag. Ich meinte das Problem der Zustellung. Also wenn du an einem Sonntag das einwirfst, geht das nicht an dem Sonntag zu. Also Sonntag ist kein, in Anführungsstrichen, zustellungsflichtiger Tag, sondern es muss ein Bergtag sein. Und das ist eben Landwirt der Samstag. Das meine ich jetzt. Aber wenn das Arbeitsverhältnis auf einen Sonntag endet, geht das nicht. Was auch noch, kleine Anekdote auch, wenn jemand einen Mitarbeiter Nachsendeantrag hat, auch da wird dein Einhilfe einschreiben nicht funktionieren. Ja, weil dann, das sich um mehrere Tage verzögert und dann bist du auf jeden Fall mit deiner Kündigung verfristet. Sagt man ja, glaube ich, so verfristet. Ja, da muss man natürlich mal drüber nachdenken. Der Mitarbeiter, der ist natürlich aufgehalten, einen Wohnungswechsel anzuzeigen, damit ihm der Arbeitgeber entsprechend das Arbeitsverhältnis relevante Erklärungen zustellen kann, wenn er das nicht angezeigt hat. Man bekommt dann eben über den Zusteller, die Tage später dann den Hinweis, dass dann Nachsendeauftrag gestellt wurde und das Ganze erst dann versetzt zugestellt wurde. Da könnte man natürlich ruhigen, ja, du hättest lieber Mitarbeiters das anzeigen müssen, deswegen gilt die eben schon früher als zugegangen. Das geht nicht auf unsere Kappe, wenn du umziehst und uns das nicht vorher mitteilst. Aber wir hätten dann natürlich direkt an deinem... Da steht ja, glaube ich, drin, also bei dem Nachsendeantrag, also wenn du das Einwurf einschreiben machst, dann steht ja, glaube ich, nur die Zustellung drin, ist dann und dann zugestellt worden. Warum das jetzt später zugestellt worden ist, steht da ja nicht drin, du bist ja nicht zustellerkrank oder so, weil... Ja, okay, also geil. Ein bisschen, ne? Deshalb, wenn ihr da eine längere Zeit inzwischen habt, ja, vielleicht mal eine CD, vielleicht hat der Mitarbeiter einen Nachsendeantrag und darum ist das einfach verfristet, ja, würde ich vielleicht einfach mal, wenn der Brief erst drei, vier Tage später zugestellt worden ist, nachweislich, also vom Datum her, vielleicht einfach mal voraussetzen, vielleicht ist da doch ein Nachsendeantrag, würde ich einfach mal pauschal dann so voraussetzen. Ja, oder einfach mal nachfragen, warum das eben so verspätet zugestellt wurde, was die Ursache, denn das kann ja gerade bei diesen Terminen und Fristabläufen, über die wir gerade gesprochen haben, ja durchaus dann auch wirtschaftlich nicht ganz uninteressant sein, aber um das alles, aber wie gesagt, der Mitarbeiter ist erstmal gehalten, noch einen Wohnungswechsel, einen Umzug anzuzeigen. Okay, es gibt aber auch Fristenrechner, ne? Es gibt Online-Fristenrechner, was Kündigung angeht, ne? Die gibt es, ob die jetzt seriös sind, also da gibt es eine Menge Anbieter, die das irgendwie so ausrechnen, also da würde ich auch Ja, ich kenne diese Rechner nicht, aber wir müssen ja immer differenzieren, wenn das die rein gesetzlichen Fristen sind, dann wird das funktionieren meines Erachtens, weil die ja relativ simpel strukturiert sind, damit auch einer auf Betriebszuschrechte abstellen, wenn man natürlich tarifliche Kündigungsfristen hat, wie im externen Bereich, die ja dann durchaus abweichen, das weiß ich nicht, ob das Rechner so abdähen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil wir so viele Tarifverträge und dort die Kündigungsfristen haben, das würde nicht funktionieren, sondern es würde allenfalls bei den gesetzlichen gehen. Keine Ahnung, sieben Tage zu Monatsende, 14 Tage, 14 täglich, aber da gibt es ja so viele Varianten und ich habe noch nie so viele Fehler gesehen wie in der Kündigung und bei Kündigung große Empfehlung, Vier-Augen-Prinzip, ja, lasst immer einen zweiten über eure Kündigung drüber gucken, wenn ihr die geschrieben habt, das hilft immer, ja, immer Vier-Augen-Prinzip, dürfen denn, aber kommen wir zum nächsten Punkt, das passt ja vielleicht dann, Unterzeichnung, Kündigung, wer darf überhaupt unterzeichnen, wie viele Unterschriften können da drunter, reicht eine, ja, wie sieht das aus mit Vollmachten? Ja, wichtiger Punkt, der in der Praxis auch oftmals, gerade in der Zeitarbeit falsch gemacht wird, letztlich bedarf es immer nur einer Unterschrift, gerade wenn es dann die Geschäftsführung ist, so sie denn alleinvertretungsberechtigt ist, der allein, der Prokurist, sogar Einzelprokurat, das ist, die Personalleiterin, das ist in der Praxis meist nicht so problematisch, schwierig wird es eben dann, wenn es Mitarbeiterinnen sind, die dann eben eine Funktion unterhalb der ersten oder zweiten Führungsebene einnehmen oder spreche zu vorkassischen Disponenten, die dann ja auch, das ist ja so in der, gerade im externen Bereich, die dann Kündigungen aussprechen, klar, weil das natürlich Tagesgeschäft ist und man dann nicht immer dann den Geschäftsführer nerven möchte, da muss man ein bisschen aufpassen und das erlebt man in der Praxis tatsächlich auch sehr häufig, dass da Fehler gemacht werden, weil der Disponent an sich, der hat keine vom Gesetzes wegen ihm zugeordnete Kündigungsberechtigung, der vertritt die Gesellschaft nicht nach außen und zur Vertretung gehört ihm und der Ausspruch gekündigt. Das wird in der Praxis häufiger nicht beachtet und da läuft man eben Gefahr, dass die Kündigung, so sie denn dann zugegangen ist, zurückgewiesen wird vom Mitarbeiter. Also er bekommt die Kündigung, sieht dann, aha, das ist nur vom Disponent unterschrieben und dann kann er sagen, ja, ich weiß diese Kündigung unverzüglich zurück, weil er sozusagen eben die hinreichende Vollmacht zur Abgabe einer solchen Erklärung in Abrede stellt oder eben einer solchen nicht bekannt ist. Man kriegt dieses Problem praktisch in den Griff und zwar wie folgt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erstens, man fügt eine Vollmacht bei, die dann ausweist, dass der Disponent zur Kündigung berechtigt ist. Sehr wichtig ist aber, dass diese Kündigung, die Vollmacht im Original beigefügt werden muss. Es hilft nicht, eine allgemeine Vollmacht im Original zu erteilen, dann davon Kopien zu fertigen und diese dann eben die Kündigung beizufügen. Das heißt, es muss eine im Original unterschriebene Vollmacht sein. Ja, in der Praxis, da kann man natürlich jetzt darüber streiten, aber das ist der richtige Weg ist, wird das ja oftmals so gemacht, dass man einen Blankruf vormacht und erteilt, die dann eben schon unterschrieben sind und dann eben ausgefüllt werden für den konkreten Fall, sprich dann Name eingesetzt wird von dem zu kündigenden Mitarbeiter. Das funktioniert in der Praxis. Andere Möglichkeit ist eben die Mitarbeiter oder den betroffenen Mitarbeiter darüber zu informieren, dass der Mitarbeiter oder eine gewisse Funktion berechtigt ist, Kündigungen auszusprechen. Das kann man wie folgt machen, dass man das, das ist gerade im externen Bereich, so, dass dann eben eine allgemeine Klausel drinsteht, was wir da sinngemäß ergibt, unsere Disponenten oder Sachbearbeiter sind berechtigt, Kündigungen auszusprechen, sind eben vollmächtig, das zu machen oder dass man das als schwarze Brett hängt und sagt, Mitarbeiter XY oder unsere Sachbearbeiter sind berechtigt, Kündigungen auszusprechen. Kann man machen, auch hier erlebt man in der Praxis aber immer wieder, dass das in Abrede gestellt wird, dass man das eben zur Kenntnis genommen hat, so nach dem Motto, mein Mitarbeiter war bei Ihnen in der Niederlassung und ist in ihrem schwarzen Brett vorbeigekommen, wusste er nicht, weil er das nicht gesehen hat oder dass man bei diesen vertraglichen Regelungen dann sagt, das ist zu unbestimmt, woher soll ich denn wissen, wer Exponent ist und das ist mir alles nicht transparent gewesen und dass dann eben auch Arbeitsgerichte sagen, ja, dass man das schon konkretisieren muss unter Umständen auch mit Namen, die dann da angeführt werden. Das ist natürlich praktisch nicht durchführbar, also weil man ansonsten ja immer, man hat ja auch im internen Bereich gewisse Triplationen, da müsste man immer wieder dann neu unterrichten oder ändern und so, bringt also nichts, das heißt, man schreibt eben immer abstrakt rein und sie sehen, die Muster der Verbände vor, unsere Disponenten und sonstige Funktionen sind dazu berechtigt, Kündigungen auszusprechen, das funktioniert in der Regel, aber das kann durchaus, wenn man da ein gewisses Problembewusstsein entwickelt, kann das durchaus mal in Abrede gestellt werden und dadurch auch schon mutere Diskussionen von Arbeitsgerichten, die sagen, so reicht die Klausel nicht aus, umgekehrt gab es, da gibt es auch Arbeitsgerichte, die lassen das eben, kennen das eben als rechtlich zulässige Unterrichtung, auch in dieser Konkretisierung, als sie so reichen da. Alex, eine Frage dazu, gibt ja verschiedene Kürze, die noch dazu, Prokura, IA, auch zum Beispiel die Abkürzung IA, weiß ich, ist und ihr glaube, dass häufig es heißt in Vertretung, aber es heißt ja IA in Vollmacht. In Vollmacht, ja genau. Genau, also so eine Vollmacht, ich weiß nicht. Und so eine Vollmacht, die fällt ja nicht vom Himmel, so eine Vollmacht hat man eben qua Funktionen, also sprich als vollmächtig qua Funktionen als Geschäftsführer, als Prokurist, dann eben rechtsgeschäftlich, dass du für die Gesellschaft Erklärungen abgeben kannst und darfst und dann eben rechtsgeschäftlich, die aber nirgendwo weder im Handelsregister noch sonst wo dann dokumentiert ist und das sind eben genau die Fälle, die ich gerade ansprach, wenn es dann Disponenten geht, dass man dann eben eine solche Bevollmächtigung tatsächlich im Original beifügen muss und dann eben nicht mit Kukine arbeiten sollte, weil das eben dann auch zu einer Zurückweisung führen kann und Zurückweisung heißt eben, man könnte dann neu erklären die Kündigung, klar, und das korrigieren. Das bringt natürlich nichts, wenn man dann wieder in solchen fristnahen Bereichen ist, wo man dann sagt, dann verliert man was oder der Mitarbeiter fällt aus der Kündigung, aus der Probezeit beziehungsweise aus der Wartefrist und hat dann da eben das Kündigungsschutzgesetz anhacken. Also vor dem Hintergrund sollte man da auch eine klare Unterschriftenregelung haben, erstens, wer ist denn bei uns überhaupt kündigungsberechtigt und zweitens, wie bringe ich das meinen Mitarbeitern zur Kenntnis, dass genau diese Population auch tatsächlich alleine Kündigungen aussprechen darf. Also das treibt mitunter recht merkwürdige Früchte. Ich hatte das mal, dass die Kündigung von einem Geschäftsführer unterzeichnet wurde, wo ich jetzt erstmal keinen Anlass da hatte zu zweifeln, dass das so in Ordnung gewesen ist, aber der gegnerische Kollege schaute ins Handelsregister und sah dann eben drin, dass der nur gesamtverpretungsberechtigt ist und fing dann da mit einem Prokuristen oder einem anderen Geschäftsführer und dann fing dann die großen Diskussionen, das ist alles rechtmäßig gelaufen, hätte man da einen zweiten unterschreiben lassen müssen, wie auch immer, oder hätte man dann eine Vollmächtigung beifügen müssen. Also da gibt es wunderte Diskussionen, die man sich tunlichst ersparen sollte, indem man dann gerade die Vollmacht im Original beifügt oder zumindest dafür Sorge kriegt, dass die Mitarbeiter darüber unterrichtet sind, dass diese Population Kündigung aussprechen, sei es durch Aushang, nicht so eine gute Idee, dann aber zumindest durch eine arbeitsvertragliche Regelung, dass sich das ergibt. Das wird zum Beispiel für mich neu, also Vollmacht weiß ich auch, haben wir auch immer dabei geschügt in der Vergangenheit, jetzt bei meinem letzten Arbeitgeber, ich glaube, wir haben die meist immer nur eine Kopie, weil jetzt nicht irgendwie, jetzt auch nichts sehr aufbricht, aber ich glaube, wir haben dort meist mit Kopien gearbeitet, nicht mit Originalen. Ja, ich meine, lucky, lucky, wenn das nicht aufgefallen ist, aber das ist ja so, es geht in 98 Prozent der Fälle gut und die zwei Prozent, wo dann irgendwie sich einer da doch mal vertiefte Gedanken überhaut, dann kannst du halt teuer werden. Also das ist eben eine Frage, was dann der Mitarbeiter macht oder auch nicht macht. Also wenn er sagt, er will die sowieso hinnehmen, dann wird er nicht anfangen, da auch groß umzurügen oder zu klagen, aber wenn dann, wenn er da nicht mit Einverstattung ist, dem Anwalt geht und der sich damit befasst, dann wäre das natürlich die erste Möglichkeit, dann, ich sage mal so, Probleme zu erzeugen. Deshalb, wenn ihr zuhört, ja, und ihr macht derzeit Kopien, nehmt Originale, ja, also es ist ja auch so ein Augenöffner, so ein Aha, deshalb sage ich, wichtige Folge, da sind eine Menge Informationen drin, die nicht allen geläufig sind, ja, und es sind immer so Sachen, der hat das früher so gemacht, das wird dann übertragen und dann machen wir das auch so und der hat das woanders so kennengelernt, ja, gibt nichts Schlimmeres, als wenn da die Kündigung, das kostet immer Geld, Verfristungen sind immer teurer, dann ist jemand im Kündigungsschutz und so, ja, grundsätzlich, nochmal erwähnt, versucht euch nicht von euren Mitarbeitern zu trennen, versucht alternative Aufträge, versucht eine normale Lösung zu finden, versucht erstmal zu sprechen, Kündigung, die letzte Lösung, aber wenn es dann soweit ist, dann sollte man zumindest keine formellen Fehler machen, weil dann wird es in der Regel teuer und manche Dinge könnt ihr auch einfach nicht selber lösen, dann braucht ihr so einen Experten wie den Alex, der euch dann zur Seite steht und euch dann auch Tipps gibt, wie ihr jetzt diese Kuh vom Eis kriegt oder den Elefanten aus dem Raum oder keine Ahnung, also da muss auf jeden Fall eine Lösung her und dann wird es auch meist immer etwas, ja, teuer ist ja auch mal wertig, aber dann wird es etwas, könnte der Betrag, den ihr dann noch aufwenden musst, für eine Trennung höher werden und das wollen wir ja alle vermeiden und deshalb hört genau zu, ändert eure Prozesse da und guckt mal, wie ihr das aktuell macht und guckt da auch mehr euren Mitarbeitern auf die Finger ab, deshalb Vier-Augen-Prinzip. Ja, du sagst gerade, das ist ja, hier sollte man keine Fehler machen, aber das ist ja ein Prozessthema, was vermeidbar ist. Wenn man dann einen vernünftigen Prozess hat, klar, der muss eingehalten werden, da gehe ich jetzt mal von aus, aber dann muss man dem einmal ran, vielleicht ein bisschen Hirnschmalz reinstecken oder sich das mal genauer betrachten und damit funktioniert das in der Regel auch. So ein Rumgewurschteln haben wir immer schon so gemacht und ist bislang nichts passiert, ja, gut, aber wenn es dann passiert, ist der Katzen ja mal groß, weil das kostet nämlich dann immer Geld und das wissen wir ja alle, das Geld ist ja lieber dann bei Papi und nicht bei Dritten. Ja, vollkommen, vor allem bei einer Trennung hat es ja immer einen Grund, warum man sich auch trennt und dem Mitarbeiter, mit dem man nicht so zufrieden ist, dem man nicht weiter einsetzen kann, wo man Schwierigkeiten hat in dem Arbeitsverhältnis, weil das ja nur mal die letzte Lösung ist, da noch zusätzliche finanzielle Aufwendungen zu betreiben, ist nie schön, denn tun besonders weh, weil es oft auch mit Emotionen verbunden ist, weil man gesagt hat, dem möchte ich das jetzt nicht auch noch machen, das ist ja so, wo dann halt vor Gericht dann sagst du, nein, hat er nicht verdient und gibt es nicht und so und da musst du trotzdem und es wäre einfach vermeidbar, meist sitzt das Problem vor dem Gerät oder vor dem Schreiben, weil da haben wir Fehler dann gemacht. Alex, ich glaube, wir haben alle Punkte, die wir im Vorfeld da so hatten, wir werden ja nochmal einen Teil 2 machen, da freue ich mich auch sehr drauf, was so die Gründe überhaupt sind, dann der Inhalt der eigentlichen Kündigung, da werden wir sicherlich auch einiges zusammentragen können. Mir hat es wieder extrem viel Spaß gemacht, vielen, vielen Dank und ja, dem Gast gehört das letzte Wort, Alex noch. Nein, wie kann man dich erreichen, was? Scheiße, mir hat es natürlich auch wie immer viel Spaß gemacht mit dir und ich hoffe, dass der ein oder andere Impuls angekommen ist, ja, erreichen, könnte er mich natürlich dann über die Daten, die man im Internet stellen wird, also wenn ihr da Probleme habt, einfach mal melden und wie Daniel schon sagt, das nächste Mal reden wir dann ein bisschen über das Material-Equindigungsrecht, also da, wo eigentlich das die rechtliche Brisanz, der rechtliche Sprengstoff hängt, das, was wir jetzt hier gemacht haben, da sozusagen das Vorgeplänkeln, wo man, da sind die Hausaufgaben, das sind die Hausaufgaben, die jeder gemacht haben sollte, der Rest ist dann, das war die Pflicht, jetzt kommt die Kür, die auch rechtlich ein bisschen komplizierter, okay, das sind hier Stocks. Also Podcast abonnieren, nicht vergessen, die zweite Folge, ja, vielen Dank. Dann mach's gut, tschüss. Ja, wir hören und sehen uns bereit für Zeitarbeit im nächsten Podcast, danke, dass du so lange dran geblieben bist und dir nochmal, danke Alex, ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.